Du siehst toll aus, Baby. Danke. Hallo. Hey. Laura, das ist Joanna, meine Frau. Hallo, Natsi Kanzler. Joanna, Laura ist die neue Designerin, die bei uns arbeitet. Hast du gerade neu gesagt? Ich bin hier schon seit drei Monaten. Warum hast du mir nichts von ihr erzählt? Damit du dich nicht aufregst, Baby. Mal im Ernst, dachtest du, ich würde das nicht bemerken? Hast du schon mit ihr geschlafen? Da läuft nichts, Joe. Fährt sie morgen mit Andy und dir nach Philadelphia? Laura ist nur eine Arbeitskollegin. Michael, es würde dich umbringen, wenn du wüsstest, was ich alles über dich weiß. Hey. Hey. Joanna. Alex, was machst du hier? Ich hab hier zu tun. Das darf doch nicht wahr sein. Ich fahr morgen wieder. Treffen wir uns nachher? Ähm, ja. Ja, klar. Ich wusste gar nicht, dass du New York jemanden hast. Oh nein, wir sind, wir sind nur gute Freunde. Wie war das? Warum hat es mit uns nicht funktioniert? Geografie. Ähm, was trinkst du? Scotch. Und das Timing. Ich würde gern noch was trinken. Okay. Aber nicht hier. Willst du dich scheiden lassen? Nein. Bist du schon mal betrogen worden? Nein. Ich hab ihm nie was von uns erzählt. Wieso nicht? Wäre er wütend geworden? Hast du mal darüber nachgedacht, was er jetzt vielleicht gerade macht? Michael tut sowas nicht. Dasselbe könnte er von dir denken. Und das ist ja vielleicht incur definier su- Aber er stràot schon mal, wenn du sagst. Wir wären halt nur noch mit sich. Eranto, wir müssen ein pair Untertitelung des ZDF, 2020